Kann mir nichts passieren, oder? Nee. Doch, kann es. So, Lu, komm mit. Weil der Geist kann aus den Kameras kommen, und er ist das so ein Jumpscare. So, Lu, guck mal. Also, wir treffen dann an Massimo, also alles gut. Vorher, also, ich hab ihn gefragt. Hab ich noch eine Cox-Kamera. Und, wo ist er? Er ist Female Dorm. Ja, Dorm, meinte ich ja, Dorm. Was ist Dorm? Dormroom. Soll ich nachschauen auf Google? Auf Google. Leute, seid ihr schon rein? Ja, wir sind schon drin. Ja, natürlich. Bussi-Dite, Bussi-Clean, Bussi-Petsch. Wo bist du? Die Lüge jetzt sofort in ihre Ecke. Spiel uns das, finde ich gut. Oh, wie gesagt, du bitte, dass du gerade die Tür zugeknallt hast. Nein, ich bin hier. In der Ecke. Er hantet, er hantet, er hantet. No. Ich bin ein Panzer. Nein. Du, halt dich ganz fest an mir. Junge, er hantet nicht. Es hantet er nicht mehr. Er hat gehantet, tatsächlich. Was ist denn er hantet, wenn er hantet? Dann flackert alles und so. Und die Türen werden zu gering. Okay, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Es ist nicht mal Licht, was soll hier flackern? Leute, holt uns bitte mal ab. Ja, die Kameras. Äh, die, äh, Ding. Leute, holt uns bitte mal ab. Wo seid ihr? Nein, um da, in unserer Ecke. Nein, nein. So, jetzt kommt er. Ja, wie heißt denn dieser Kirchenraum? Ja, äh, keine Ahnung, Satanraum. Church Room. Ich kann, gerade ehrlich gesagt, nicht... Fahrt ihr? Leute, guckt euch mal die Fotos an. Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Wollen wir los? Warte, 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 warte. Warte, guckt euch... Nun, guckt mal. Das Foto. Ja, kommt ihr mit, weil allein trau ich mich nicht. Ja, ich kann... Aber, warte, warte. Fick das Foto. So, das hier ist die Chapelle. By the way, ich nehm das gerade mit auf, ja? Ja. So, okay. Hier sind wir hier. Kann ich in der Mitte gehen? Ja, komm, vor mich so. Äh, hier lang. Das ist die Chapelle. Da war es, äh, das find ich. Boah, Evie die einzig professionelle Person hier, sag mal. Ich lieb dich, Evie. Wir müssen eigentlich nur geradeaus. Haben wir alles dabei, was wir brauchen für den Raum? Ich hab nur ne Taschenlampe dabei. To be honest, er hunted gerade, aber... Nein, er hunted nicht. Ach, wirst du gleich sehen, meine Liebste. Wie? Er hunted! Ich hab nur... Oh, ich hab nur... Ha, ha, ha. Oh, ha, ha. Leben gerissen, auf jeden Fall, ähm... Wie? Ich hab die aufgenommen? Wie? Mio ist tot. Ja, ähm, was ich sagen wollte... Du gehst jetzt los, Alter, jetzt. Nein, nein, wartet, 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 bitte. Guck mal, ihr seid direkt bei dem Raum. Kommt schon. Nein, ich kann nicht mehr ohne dich, Mio. Das sind wir. Okay, Lu, du bist da... Ah! Ah! Leave me alone, bitch, Alter. Nein, ich geh jetzt raus. Ich will dir nur zeigen, wo der Raum ist. Nein, ich geh jetzt raus. Ich kann nicht mehr. Lu, du bist ja jetzt ganz alleine. Lu? Ja? Soll ich dir sagen, wo der Raum ist? Er hunted, er hunted, er hunted. Du musst einmal, bitte, ein Stück nach vorne gehen und dann links, damit du hinter dem Schrank bist, okay, sonst stirbst du da. Lu, ich bitte dich. Ich hunted er immer noch. Oh. Lu ist gerade, glaube ich, sehr erfüllt, damit, dass sie gestorben ist. Ich will auch sterben, Leute, ich kann nicht mehr. Meine Leiche kommt auch. Oh nein, die Tür ist zu. Ja, er hunted gerade, aber alles gut. Er hunted nicht mehr, komm raus. Junge, ich will weg, Alter. Ich will weg, die. Alter. Ich dachte, es ist ein Revenant oder so. Warte, warte, bevor wir losfahren, warte, warte, ich will euch das auf der Map da zeigen, die hier auf diesem Ding ist. Ganz rechts der obere Raum, also wenn, ihr seht ja diese zwei, links und rechts, diese zwei ganz langen Gänge, ne? Ja. Und da ist auf der rechten Seite, wo der ganz langen Gang ist, ist es der obere Raum, also da, wo links in dem Raum so ein weißes Bett ist. Einen so umgeworfen, rechts oben ist auch noch eins, rechts oben ist eins. Ja, können wir fahren? Können wir gehen? Oh. Wie geht's euch so? Noch bin ich stabil. Digga, du siehst aus wie ein Pädo. Forschung. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017